So Freunde, willkommen zum ersten Tag des blutigen Kampfturniers. Keine Heilung, keine Wiederauferstehung. Vier Sterne und Lila ist gesperrt. Wir starten. Oh, schön. Aha. Okay, ich bin gerade erst rein. Ich habe hier noch nicht wirklich was gemacht. Ich habe nur hier Eisenlager eingesammelt und den Turm. Die waren nämlich rappelvoll. Ich habe gar keinen Plan, was gerade abgeht hier. Ich sehe nur, wir haben hier ganz viele Visionen. Die werde ich mir nach dem Video angucken. Wir könnten vielleicht mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und es sind diese kurzen. Weißt du, was kommt? Wir gucken uns das hier mal an. Sieht ihr ein Video aus einer entfernten Dimension? Ja, okay, komm. Ja, fünf Sekunden. Beste. Haha. Beste Video. So, zack. Oder der Wunder. Okay. Hätte hier jetzt auch was cooles sein können? Ich weiß es nicht. Werbung wird geladen. Oh, lad mal was schönes. Okay, steht jetzt hier. Achso, jetzt steht hier gar nicht so ein Cooldown oder sowas. Der steht da jetzt nicht. Okay, gucken wir uns das hier an. Nochmal fünf Sekunden bitte. Ja. Beste. Haha. Mal Werbung gucken. Spaß. So, was gibt es da? Achim Bandai Juwilin. 20? Okay. 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 Ja, und die anderen kennen wir ja. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal machen, ne? Ähm, da wissen wir ja, was da auch häufig bei rumkommt. Aber ich weiß nicht, der fragt mir hier schon wieder sehr. Mal gucken mal. So, auf geht's. Blutiger Kampf. Das finde ich schon mal gut, dass wir gegen Kirill spielen. Okay. Ähm, wir nehmen Grün mit. Ja, auf jeden nehmen wir Grün. Grün und Blau. Das ist unser, unser Ding. Nur wir nehmen die beiden hier raus. Nehmen dich auch raus. Switchen das hier so ein bisschen. Zack, zack. Ähm, Sonja können wir mitnehmen, ja? Als was, dann nehmen wir ihn hier auch mit. Und dann packe ich Sonja da hin. Und dann nehmen wir noch einen anderen grünen mit. Ähm, Almur. Almur hätte ich Bock. Er macht hier mit dem Kostüm nur auf einen. Er ist für das Kostüm aber emblemiert. Wobei, oh, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Weißt du was? Komm mal hin. Der Variante. So und so. Das sieht gut aus. Wir haben hier Minions. Wir haben da Minions. Wir haben theoretisch Druiden Minions. Das könnte gut sein. Heute kommt auch noch Truppenbeschwörung und sowas, ne? Das machen wir auch alles. Das ganze gute Zeug. Prügeln wir alles durch heute. So, okay. Let's go. Wir können den Kirill ja gut reinspielen erstmal, ne? Müssen wir auch. Okay. Ähm, lila Diamant. Den machen wir zuerst. Ich würde auch sagen, wir äh, wir machen den direkt weg, den Diamanten. So. Okay. Das ist nicht schlimm. Soll er mal machen. Wir holen uns hier noch, ähm, blau dazu. Das bringt da die grünen so ein bisschen weiter nach oben. Okay. So. Jetzt lass uns mal gucken. Jetzt sieht das ja eigentlich erstmal ganz schnieke aus, was wir hier haben. Ähm, fangen wir hier mit an. Ui, 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 er ist ja eigentlich gleich schon tot hier. Ja, wenn die natürlich alle weiterhin auf ihn gehen, dann wird's halt irgendwann knapp. Okay. So. Erstmal gecleant. Auch erstmal in Ordnung. Ja, gut. Jetzt geht er durch die Minions da durch. Okay. Ich hab am Anfang zu viel Pille-Palle gemacht. Aber wir sind immer noch gut dabei. Das passt schon. Wir haben hier die blauen. Das sollte... Reicht es? Ich weiß es nicht. Ähm... Was weg ist, ist weg. Das ist immer ein gutes Motto. Dann machen wir das. Warum immer auf... Warum immer auf die Supporter? Was ist da los? Wir bräuchten eigentlich jetzt mal hier grün drunter. Was ist das denn? Dann ghosten wir halt hier an der Seite. Jetzt Kelile, gehen wir auf Catmon. Ja, das war gut. So, Almur an. Du siehst, ähm... wie viel wir bewegt haben. Und... Ich war trotzdem immer so in dem Gefühl, dass das eigentlich nicht schlecht aussieht für uns. Und, ähm... Ja. Ich mein, wann hast du mal den Luxus, so viele Steine zu bewegen, ohne dass du eigentlich so ganz großartig in Gefahr bist, ne? Ich mein, klar, jetzt ist ja am Ende ein Eins gegen Eins, aber man hat eigentlich relativ gut gesehen, dass das zu keiner Zeit irgendwie ganz, ganz gefährlich war. Aber ich hätte vielleicht am Anfang nicht so viel reinspielen sollen. Aber da hat man auch gesehen, der war komplett Limit gebrakt, ne? Komplett doppelt. Also, äh... Eigentlich an sich ist der über meiner, über meiner Stufe. Warte mal, der hat 4, 4, 6 gehabt. Wie stark ist er? Ja, gut, okay. Okay, aber der war stärker, zumindest. Alles Limit Breaks und dann siehst du halt, dass er dann doch heimlich still und leise da drauf geht, ne? So, was ist das? Ähm... Okay, Melendor, Kirill, Sturmfang, alles klar. Ähm, grün ist gut. Wir könnten aber auch blau und rot nehmen. Ja, wollen Kirill eigentlich weghaben. Wir nehmen die grünen, die sind schon gut. Die blauen, für die beiden. Ist das Druide-Catmon? Okay, ist Druiden-Catmon. Ah, das ist natürlich nicht gut mit Meliki. Ohne Entfernung, das ist jetzt nicht so dramatisch schlimm. Sie macht Attack Down. Das könnten wir mit Sonja wegmachen. Vielleicht ist die Boni-Entfernungs-Sonja hier tatsächlich besser. Weil wir halt von Kirill den Attack Up haben. Wir haben von Sturmfang einen Attack Up und sowas. Das ist alles nicht so ganz so geil. Versuchen wir es so. Okay, jetzt vielleicht nicht mehr so viel umpillern. Mal direkt, direkt zur Sache kommen hier. Mal gerade genug Vorspiel. So. Wenn wir die gelben spielen, dann haben wir zumindest hier so zwei grüne in Schlagdistanz. Wenn wir natürlich die lilanen spielen, dann haben wir die Möglichkeit, dass dann grüner hochkommt. Und hier unten sich auch hinsetzt. Dann hätte man hier unten ein grünes Match. Also lass uns das mal gucken. Ihre Option. Okay. Wir nehmen die Option hier. So, du heilst nicht. Du machst nur den Attack Up, der jetzt natürlich ungünstig ist. Aber wir können da jetzt was machen. Wer ist denn unangenehmer? Wir haben hier blau drunter. Also sollten wir eigentlich hier auf die Seite gehen, würde ich jetzt mal sagen. Dann gehen wir mit dem Dun, gehen wir da auf Scarlet. Okay, gut. Wir triggern Sturmfang und ghosten hier mal so ordentlich was. So, jetzt macht er seine Attack Up und da sorgen wir jetzt dafür, dass das nicht passiert. Zack. Gespellt. Fertig. Jetzt gucken wir erstmal weiter, dass wir hier vorankommen. Wir machen den, dann haben wir ein blaues Match drunter. Ja, sieht doch gut aus. Das ist gar nicht mal so schlimm. Zack. Minion killt. Das ist sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir Catmon da gut bearbeiten. Ich würde jetzt Meliki gar nicht machen, weil ich gar nicht in der Position bin, dass ich Meliki brauche und jeder weitere Minion könnte Catmon triggern. Deswegen gucken wir, dass das jetzt nicht der Fall ist und wir da einfach dann durchfeuern. So. Und Almur killt beide. Okay. Schön. Schön, schön. Inge. Inge hat Ferran und Carlo da stehen. Ach, herrje. Blau. Schwerpunkt Blau. Lila können wir nicht nehmen. Also Blau, Rot. Blau, Rot. Ohne Entfernung. Sonja ist gut. Den Dun nehmen wir auch weiterhin mit. Wir werden jetzt aber mit Grimm angreifen. Und dann muss ich mal gucken. Ich nehme glaube ich auch Geld mit. Mit Waddles und mit. Nehmen wir Lee mit. Oder nehmen wir Lee und Anastasia mit. Bisschen Minion Action. Angriff, Defensive. Das ist in Ordnung. Grimm kriegt eine defensive Truppe. Das glaube ich eher nicht. Ich kriege diese hier. Dann sieht das soweit gut aus. Waddles müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach so. Minions triggern das bei ihm. Aber wir knallen den einfach vorher raus. Fertig. Ganz einfach. Okay. Vielleicht knallen wir den auch noch nicht sofort raus. Der Vorteil ist. Wir haben ja die Boni Entfernung. Durch Lee. Das ist schön. Dass da jetzt so viel kommt. Tatsächlich finde ich gut. Ja. Perfekt. Okay. Wir wollen die Seite weg haben. Dann können wir nämlich hier ghosten. Wobei wir haben hier. Gelb drunter. Wir machen das so. Wir feuern. Ne. Carlo. Wir hauen Carlo zuerst weg. Zack. Zack. Machen ruhig Anastasia an. Feuern mit ihm dahin. Oh. Er hat das überlebt. Was? Er tut. So. Jetzt machen wir den. Okidoki. Okidoki. Dann war es das. Das war schön. Das hat mir Spaß gemacht. Auch alles doppelte Limit Breaks? Oder wie war das? Ne. Ach. Nur zwei. Nur zwei. Naja. Nicht immer ein Feuerwerk abbrennen. Ok. Ok. Das ist auch schon wieder interessant. Grün. Ich bin mit drei Grün. Und. Einmal grün. Ah. Weiter. Ich gucke erstmal die grünen. Das ist was wir machen. Erstmal das ganze Team weg. Dich packen wir da hin. Obwohl. Ne. Dich packen wir da hin. Dich packen wir da hin. Hier nehmen wir dann nochmal. Was ist das? Wir hatten gerade Almur. Das ist schön. Dass du gerade mit dabei warst. Jetzt nehmen wir aber Marcel mal mit. So. Und jetzt gucken wir nochmal eben. Rot. Lila. Gute. Lila. Geht ja nicht. Also hätten wir Rot. Rote schwach gegen Blau. Also würde ich eher sagen. Wir nehmen für ihn Blau mit. Das ist dann eher so ein bisschen neutraler. Ähm. Ja. Dann spielen wir mit ihm wieder. Ja. Und mit Sonja. Da ist. Ähm. Da da auch Attack Up bei ist. Durch Sturm fangen und sowas alles. Wird es auch die Sonja hier. So erstmal bleiben. Das passt bei ihm auch. Das ist auch in Ordnung. Achso. Hier ist ein Cleaner Kirill. Ne. Mh. Da haben wir nämlich ein Attack Down die ganze Zeit drauf. Dann nehmen wir doch sie mit. Damit sie uns selber reinigt. Aber dann Boni Entferner. Gut haben wir durch ihn. Was macht er denn nochmal? Schaden. Oh okay. Alles klar. Passt schon. Wird schon hinauern. Wird schon schief gehen. So. Ah. Ah. Fuck. Okay. Ich überlege hier gelben. Das vorgeschlagene Match tatsächlich zu machen. Ich hatte erst überlegt die gelben. Aber ich denke mal so ein bisschen Bewegung schadet hier nicht. Machen wir das mal so. Das ist in Ordnung. Jetzt können wir das so machen. Dieses Match. Dann holen wir uns die ganzen grünen nach oben. Das ist gut. Okay. Machen wir noch die blauen. Ja perfekt. Die gelben wollte ich nämlich danach machen. Okay. Sehr gut. So und dann machen wir das blaue Match. Damit wir uns reinigen können. Wir gehen auf Wukong als erstes. Zack. 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 So dann gucken wir mal hier ob wir ghosten können. Das ruhig so. Ich spiele jetzt die grünen rein. Weil ich will Marcel am Start haben. So. Das war auch wichtig. Würde ich gerne gleich mal machen. Das jetzt tatsächlich in der Hoffnung, dass grün kommt. Damit wir ihn dann wegkriegen. Weil er macht schon einen guten Schaden. Das darf man nicht unterschätzen. So das ist jetzt der Vorteil, dass wir jetzt erst mal Meliki anhaben. Ja und jetzt haben wir halt den Vorteil, dass es nur Heiler sind. Da kommt jetzt erst mal nicht viel. So ich mache mir hier den Platz auf der Seite mit ihm. Der weg ist. Feuern wir jetzt auch drauf. Ne warte mal. Wir feuern. Feuern dahin. So dann haben wir nämlich da auch Platz für unsere. Grünen. Er kann durch Minion sterben. Da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf drum. Füllen wir uns jetzt hier im Endeffekt um Melendor. Er wird früher oder später sowieso drauf gehen. Er ist jetzt sogar tot. Okay, er hatte noch zwei Leben. Er hat aber nicht schlecht. So. Okay. Das war auch gut. Junite. Anilkuma. Indien. Gegenschlag. Brauchen wir Boni Entfernung. Ja, dann nehmen wir dich mit. Müsst du überlegen, ob wir nicht einen dritten blauen nehmen. Weißt du was? Wir nehmen dich raus. Packen. Stellen ein bisschen um. Packen ihn da hin. Jaudun da hin. Und. Wer war? Miliki. Miliki. Miliki da hin. So. Gucken wir. Defensive. Defensive. Offensive. Nee. Hm-mm. Nee, nee. Hier machen wir es schon so und so. Das passt auch. Das ist in Ordnung soweit. Okay. Gut. Jo, dann gucken wir mal, was der Junite so drauf hat. Das ist natürlich hier so ein bisschen auf Gulim Bursti und auf Borel da so ein bisschen aufpassen, aber das schaffen wir. Ich würde gerne diese gelben spielen. Vielleicht kommt hier so ein blauer hin, dann hätte man blauen Diamanten. Die Überlegung war sogar hier rot und gelb zu spielen. Dann hätte man nämlich hier, weil der hochrutscht hier schon direkt auch ein blaues Match, unabhängig von dem hier. Würde ich auch tatsächlich machen. Gucken wir mal was. Ah, da ist er. Guck ihn dir an. Da ist er. Der Wunderbare. Dann machen wir den nämlich so, dann haben wir hier noch das blaue Match. Aber wenn wir direkt Diamant in Diamant machen, dann ist es natürlich auch. Weißt du nicht, ob ich das will? Eigentlich will ich das gar nicht. Obwohl doch, drei Steine reichen nicht, um die hier voll zu machen. Also komm, gib ihm. Ab dafür. Ja, vielleicht jetzt nicht so dermaßen ausrasten. Carlo muss man immer am Schirm haben. Er kommt mit einem Damage. Das ist vielleicht gar nicht mal so ungefährlich. Deswegen gehen wir doch eher auf ihn drauf. Sonja hebe ich mir auf, weil gleich wird Borel kommen. Okay. Machen wir ruhig hier. Ich brauche ja jetzt grün. So. Borel ist am Start. Zack. Wir machen das so. Borel ist natürlich auch schick. Kannst du nichts gegen sagen. Ich habe wieder ein blauer Diamant. Was im Teufel. Ach ey ey. Da gibt es wieder Shitstorm. Lass ich gute Boards kriege. Guck dir mal gestern den Equalizer Krieg an. Da war es nicht so gut. Also dieses, du kriegst gute Boards, lass ich mir nicht ankreiden. Ah, wenn ich gute Boards kriegen würde, würde ich gegen Krieg 6 von 6 machen. So, okay. Dann sah doch gut aus. Ach, er wieder. Er ist wieder ganz oben. Mit der Heule. Gefängnisvolles Experiment. Bin ich ja mal gespannt, ob wir gegen den mal spielen. Oh. Oh. Ui. Und doppelt gelimit. Er hat 5200 Stärke. Das ist ein Quatsch. Ah, die Toons kommen. Ich bin mal gespannt. Mal gespannt, wann wir unseren ersten Toon haben. Falls ihr schon ein Toon hattet am ersten Tag, sagt mal Bescheid. Und wie es war. Ob es schön war. Okay. Gut. Ich prügel mich jetzt hier durch alles durch. Und würde sagen, wir sehen uns dann. Obwohl. Ne, warte mal. Wir können auch mal eben. Mal ganz kurz gucken. Kiste kann ich nicht einsammeln. Ich muss dafür erstmal Platz schaffen. Hier mit allem. Ach, mein Gott. Mein Gott. Hör auf. Neue Kostüme auch da. Habe ich mitgekriegt. Naja. Muss auch erstmal gucken, was ein Titan abgeht. Ob da irgendwas ist. Ich habe noch gar keine Ahnung, was hier alles auf mich zukommt. Das machen wir jetzt so nach und nach. Und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal wieder. Und bis dahin. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.